Als Pfarrerin werde ich zur Zeit oft gefragt, wie wird das denn dieses Jahr mit Weihnachten? Was meinen Sie, kann das überhaupt stattfinden? Und natürlich, meine Gedanken drehen sich auch viel um Heiligabend. Kann man da draußen Gottesdienst feiern? Wie viele können kommen? Welche Deko braucht's? Und manchmal denke ich, ach, du machst so viele Pläne und bis Heiligabend haben sich die Regeln noch mit gefühlt mindestens siebenmal geändert. Die Arbeit kannst du dir vielleicht auch sparen. Es wird alles nichts. Aber gleichzeitig weiß ich, Weihnachten wird stattfinden. Ziemlich sicher feiern wir es anders als sonst. Ohne Weihnachtsfeier, ohne Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, kein stille Nacht in überfüllten Kirchen. Aber Weihnachten findet statt. Denn das machen nicht wir, das macht Gott. Denn darum geht's ja an Heiligabend und an Weihnachten, dass Gott selbst in Jesus Christus in einem armen Stall zur Welt kommt. Er macht sich zu den Menschen auf und nicht umgekehrt. Er kommt zu Hirten, zu Königen, zu mir, zu dir, zu Ihnen. Und er wird sich davon ganz sicher nicht abbringen lassen, nur weil wir dieses Jahr pandemiebedingt anders feiern als gewohnt. Im Gegenteil. Er kommt doch gerade deswegen zu uns, weil er unsere Not kennt. Mich entlastet das. Ich muss mich nicht drum kümmern, dass Weihnachten stattfindet. Das macht Gott. Ich brauche mich nur um den Rahmen für das Fest zu kümmern. Und das ist dieses Jahr kompliziert genug. Und ich werde diesen ganz anderen Advent nutzen, neu zu überlegen. Wo hat vielleicht in den vergangenen Jahren der Rahmen den Inhalt überdeckt? Wie kann ich dem Inhalt des Festes wieder neuen Raum geben? Und vielleicht haben Sie ja auch Lust, dieses Jahr noch einmal neu über den Inhalt von Weihnachten nachzudenken. Ich jedenfalls freue mich drauf, noch einmal neu zu denken und über die Chancen da drin. Ich bete. Himmlischer Vater, du kommst zu uns. Egal wie es uns geht, lässt dich von keiner Pandemie abhalten, uns nahe zu sein. Ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, lass diesen ganz anderen Advent Anlass sein, noch einmal neu zu entdecken. Es ist gut, dass du zu uns kommst und nicht wir zu dir. Und einfach so kommst du zu uns. Amen.